Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ihr seht mich hier schon im Moonpool. Ja, den habe ich schon gebaut und habe das alles aufgenommen, ganz schön und fleißig. Ich gehe gleich mal raus, das ist alles ein bisschen größer geworden. Leider, leider befindet sich diese Aufnahme hier auf dieser 500 GB, ich wollte gerade MB sagen, 500 GB USB 3.0 Festplatte, die leider gerade das Zeitliche gesegnet hat. Sie ist kaputt. Das war es, ich kann dich nicht mehr flicken, nicht mehr reparieren, die Aufnahmen da drauf sind verloren. Leider, kommt aber vor, durch den ganzen Bespielen, Löschen, Bespielen, Löschen, haben die einen hohen Verschleiß, die Festplatten, da kann die auch nichts für. Ist auch schon die zweite, die ich vergrücke. Nun hängt die neue 500 GB 3.0 Festplatte dran und soll jetzt Aufnahmen machen. Dann muss ich mir bald wieder einen neuen Ersatz kaufen, falls das wieder so passiert. Leider, leider ist das so, aber Verschleiß ist Verschleiß. Gut, was habe ich gemacht in der letzten Folge, die ihr nicht gesehen habt? Ich habe den Atomreaktor ausprobiert, ich habe den Moonpool gebaut und die Basis ein bisschen ausgebaut. Ich gehe jetzt mal raus, ihr seht, die Seemotte, die wird hier schön betankt mit Energie. Flup, einmal reingehupft. Das war auch der Grund, warum das immer so ruckelte. Die Festplatte hat so langsam signalisiert, dass sie kaputt geht. Und ihr seht, auf dem Moonpool ist, oh, das sieht aber doof aus, ist eine Solaranlage, die versorgt den mit Strom. Der Atomreaktor, der steht hier, ähm, oh, da müssen wir nochmal Uran und desinfiziertes Wasser besorgen. Eigentlich kein Problem, können wir auch gleich nochmal machen, dann hauen wir da nochmal ein bisschen Energie rein. Aber, was der an Energie gibt, ist der Knaller. Ihr seht hier, ich habe alles wieder nachgebaut, ähm, so wie wir es hatten, ein bisschen schöner sogar. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Seemotte, die packe ich nicht mehr am Fenster, aber die ist ja da drin, wo sie hingehört. Hier drin habe ich schon, äh, Spinne gebaut. Einmal mit Quarz. Ihr seht, das war eine sehr ereignisreiche Folge. Wir haben sehr viel gebaut. Ähm, Titanium. Und Zeugs. Da habe ich ja auch einiges schon, äh, geangelt mir. Ich habe eine Energiezelle extra noch. Ich habe einiges, ihr seht es ja. Komisches Zeugs, was ich noch nicht brauche. Aluminium, Aluminiumoxid, genau so wird das ausgesprochen. Ich habe noch so ein komisches Ding gefunden hier. Quecksilbererz. Vielleicht brauchen wir das für das Thermometer oder so. Wollte ich sowieso die ganze Zeit mal gucken. Ich gucke mal. Äh, nee, Rohr nicht. Computerchip. Wird wahrscheinlich irgendwann mal für das Thermometer sein, schätze ich mal. So. Ja. Ihr guckt mal auf die Energie. 1.100 Energie. Nur weil das Ding hier drauf steht. Das reicht eigentlich schon. Die Solarzellen füllen auch diese 1.100 Energie auf. Aber damit geht das ruckzuck voll. Und da kann man craften bis ein der Arschplatz, würde ich gerade sagen. Voll ekelhaft. Okay, wir haben Hunger. Habe ich was für Mampfen? Nein. Wir haben noch ein paar Teile, die ich noch... ...die ich noch entdecken wollte. Und es ist mal wieder Nacht. Wunderbar. Gibt es natürlich keine Energie. Äh, wir suchen uns mal einen Fischi. Ich habe Kohldampf. Und Durst habe ich auch noch. Da brauchen wir auch noch Salz. Oder habe ich Salz? Nein. Viel Silbererz. Also ich bin sehr viel gefahren. Sehr viel erlebt. Sehr viel gemacht. Aber leider hat es die Festplatte leider geschrottet. Passiert. Ich habe mich natürlich mega aufgeregt. Deswegen habe ich auch nur dieses kleine Headset auf. Mein großes ist dementsprechend auch kaputt gegangen. Aber das war schon gestern Abend. Das Plastik hielt nicht viel aus. Sagen wir mal so. War sehr impulsiv. Sorry, das wollte ich erst gar nicht sammeln. Ich wollte doch einen Fisch haben. Warum ist hier überhaupt so viel Quarz, ey? Das ist ja immer noch dieselbe... ...dieselbe Map sozusagen wie von den Extra-Videos, wo ich da hingeschwommen bin. Wir brauchen auch ein Medipack. Also ich habe sehr viel erlebt. War sehr spannend. Schade, schade, schade und nochmals schade. So. Auf der Festplatte waren aber keine wichtigen Daten, bis auf die tolle Folge halt. Ist also nicht allzu schlimm, dass sie zerstört ist. Jetzt habe ich sie so weggeworfen. Na hinten. Uh, ruckla. Da baut sich ein bisschen Leben auf. So. Oh, da war einer pengen. Da kommt doch gar nicht der raus, der Lümmel. Komm doch. Komm. Komm. Der kommt doch. Feigelegen. So. Ein paar Fischis fangen. Wow. Die sind ja ganz gut hier, die Blasenfische. Die sind ja trinken und essen gleichzeitig. Wow. Boah, viel Kraft. Ten seconds of oxygen remaining. Ich weiß doch. Zudem, dass wir jetzt alles nochmal neu gebaut haben, habe ich ja als heimlich gemacht hinter euren Rücken, habe ich auch schon den Strahlenschutzanzug an. Ich will nicht, dass wir das übersehen. So, vielleicht habe ich das gesammelt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann müssen wir uns langsam beeilen. Langsam kommt der kleine Hunger. Boah, viele davon die komischen Hunger haben. Auch ein Gerrifisch. So. Wir taschen uns mal voll und dann fiezen wir schneller zur Basis. Mein Gott, die wollen ja förmlich gegessen werden. Das reicht mir. Die guten Blasenfische. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir es auch noch mit. Liebe Roboterfrau, ich bin doch auf dem Weg. Um dieses Nahrungsmittelproblem zu lösen. Also die Werte sind ja alle im Keller, ey. Dann brauchen wir eine Bleach und eine Ranke für ein Medikit. Eigentlich müssen wir zwei bauen. Ich habe auch nur einen Salz. Okay, das finden wir gleich auch noch. Jetzt können wir uns erstmal um Essen. Eine Menge Emergency. Schönes Biom. Also schön hier zu bauen. Ihr seht, richtig geil geworden die Base. Da kommt natürlich noch, wird das noch zusammengesteckt alles. Muss ja auch einen halben kleinen Sinn ergeben. Achso, falscher Weg. Jetzt müssen wir mal was naschen. Machen wir uns erstmal 3-3. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Reserve. Aber ist das komisch mit dem Headset, also mit den Warnsteckkopfhörern? Da hört man seine eigene Stimme in den Schädelknochen. Was ist zum Aufnehmen nicht geeignet. Aber zum Hören ja. Also sehr geiler LG-Kopfhörer. Unglaubliche Power. Okay, richtig. So, jetzt meckert es übrigens nicht mehr rum, die Tante, ne? Doch, komm, wir machen noch ein bisschen Essen. Da fängt die Folge natürlich wieder mit Essen an. Ist ja klar. Survival-Game halt, ne? Äh, einen dürfte ich nur davon machen. Dann ist das gleich optimal. Oh, ich habe zwei. Ich habe viele Fische gefangen. Oh, das ist mir vorhin auch passiert. Warum macht er das? War da wieder ein Rohr dabei, wo ich nicht aufgepasst habe. Aber das kann doch gar nicht sein. Brumm, du, mal schön. Oh, ist gleich fertig. So, wir holen uns mal so eine Alge. Ich glaube, da hinten sind Algen, wo ich gerade hinschwimme. Da kommt schon eine. Ne? Nennen wir auch mal mit, wenn wir schon mal da sind. Brauchen wir ja auch später. Also, Zähne finden ist gar kein Problem mehr. Schwing. Passt nicht mehr. Zurück. Wie viel haben wir denn jetzt? Weil wir haben ja nur ein Salz. Also bringt das nicht viel. Brauche ich den auch für Bleach? Ich weiß nicht mehr. Ich nehme mal einen mit. Sicherheitshalber. Na ja, ein Mediket reicht erstmal. Salz ist aber auch Mangelware. Oh, dass sie das immer sagt. Ich würde so oft ertrinken, wenn ich das nicht sagen würde. Oh, nee, das schaffen wir nicht mehr. Wow. Welcome aboard, Captain. Doch, Salz verkommen und einen Korallenbrocken brauchen wir. Gut, dass ich ihn mitgenommen habe. Erstmal eins. Eins reicht erstmal. Oh, da fühlen wir uns gleich viel besser. Ach, viel einfacher zu spielen so. Äh, gut. Dann wollen wir mal schauen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeugs dabei. Ja, das tue ich auch mal im Zeugsschrank. Ne, passt ja gar nicht. Verdammt. Zu wenig Platz. Das müssen wir rauswerfen. Ja, den tue ich nochmal weg. Oh, ja, viel Silber, ey. Wir brauchen definitiv mehr Platz. Und deswegen wollte ich eigentlich mal gucken. Können wir da so ein Schränkchen bauen jetzt? Ja, da können wir schauen, ob die auch in den Moonpool passen. War auch ein Experiment gewesen. Energie weiter Versorgung nach da. Aber da hatte ich gar keine Energie mehr da drin. So. Tatsächlich. Das ist natürlich geil, ne? Können wir den Moonpool? Warum auch nicht, ne? Ist klar. Oh, mit Schränke ausrüsten. Expeditionsschränke. Ah, war nicht so schön, ne? Muss ich gerade dazugeben, so gemischt. Wenn wir eigentlich drei Schränke hinbauen mit allem möglichen Zeugs. Obwohl wir wollen sowieso viele Schränke haben. Mal schauen, wie wir das bauen. Als erstes wollte ich hier eigentlich Titanium haben. Mal ganz kurz gucken. Ich will ein paar Glasröhren bauen. Und natürlich auch die brauchen wir hier. Die brauchen nur Titan. Sehr schön. Ein paar Glasröhren. Und dafür habe ich ja so viel Quarz gesammelt. Titan, Quarz. Eins, zwei, drei. Eine Scheibe. Zwei Scheiben. Drei Scheiben. Vier Scheiben. Fünf Scheiben. Sechs Scheiben. So. Drei Röhren wären es dann. Brauchen wir viel Energie. Der Atomreaktor, eine Empfehlung des Hauses, sage ich einfach mal. Sehr gut. Da stoßen wir nicht mehr an unsere Energiegrenzen. Viel. Äh, das können wir auch nur direkt verwurschen. Verbraucht ja eh nur tonnenweise Platz. So. Was haben wir jetzt? Mal schauen, wie es klappt. Dann können wir hier dran noch eine normale Röhre setzen. Ich mache das mal. Was macht er denn da jetzt? Dahin? Egal. Jetzt ist einer nach oben. Darauf. Eine Glasröhre. Da fehlt natürlich noch die Leiter. Das zu verbinden ist gar nicht so leicht, ne? Weil das unterschiedliche Höhen sind. Aber wir wollen natürlich da irgendwie hin. Also. Oh, wir müssen aufpassen. Schwachstellen drei. Scheiße, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Lithium, nein, ich habe kein Lithium. Müssen wir noch eine ganz schnell bauen. Emergency. 10 Sekunden of Oxygen remaining. Wollte ich eh. Oh, wie schön. Krass, dass das jetzt sofort weggelöscht wird. So, damit haben wir nun wieder mehr... Jetzt haben wir was kaputtes. Ich weiß es nicht. Luft wird auch wieder eng. Oh, mein neues Handy hat gebimmelt. Hat auch... Ich habe jetzt ein... LG... G4. Sehr interessant das Gerät. Oh, es ist schon voll gelaufen. Wie schnell ging das denn? Oh, Luft. Ich kriege keine Luft hier. Was ist los? Raus, 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 raus. Schitter. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt bauen muss. Ha. Ein Repariertool. Was will das denn haben? Teile. Nein, falsch. Schweißgerät. Magnesium. Das können wir sagen. Kracherpulver. Oh, das kriegen wir doch gar nicht. Weil Magnesium war... Salz. Okay. Kracherpulver und Magnesium. Ähm... Wir haben die Bombenfische ziemlich nah gehabt. Das weiß ich. Müssen wir noch rauslocken. Aus ihrer Höhle. Da ist er. Na! Outsch! Gut, dass wir Lebensenergie hatten. Boah, Mann, ist das schnell. Von dem, wenn ich dein Nest leere, du Lümmel. Das war leer. Okay, komm. Risiko oder nicht? Das geht nichtmals gut. Oh, die machen aber nicht mehr so viel Schaden. Warnung. 30 Sekunden von Oxygen remaining. Mann, dann ruckelt das. Ich bin doch gerade hier durchgeschwommen. Hä? Reicht da ein Kracherpulver? Ich weiß nicht. Guck mal, Schwachstellen. 80. Das ist nicht gut. Emergency. 10 Sekunden von Oxygen remaining. Ich hab's verbockt. Ich hab einfach nicht drauf geachtet. Alles voller Wasser hier mitten. Da. Komm mal da rein. Mal so testweise. Falsch. Ey, mach weg. Wow. Ich trinke in meiner eigenen Basis. Das sieht also aus, wenn ein Glas kaputt geht hier. Sehr interessant. Äh, raus hier. Ja. Repariertun, tun, 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 tun. Äh, Salz brauchen wir noch. Oh nein. Ja, eigentlich würde ich auch da oben durchgehen. Nicht hier durch. Schnell aus der Hand nehmen, das Ding. Dreimal Salz. Gar nicht so leicht. Aber Kracherpulver haben wir. Einmal. Hoffentlich reicht das. Einmal Salz. Mein Gott, das sind aber viele Kracher, ne? Eins. Oh, Blubberblasen. Ah. Gratis Luft, nehm ich immer gerne. Das ist ein Seemortenfragment. Was sonst? Ich hab mich auch mit. Viele Scheiben gemacht. Hier ist unglaublich viel Quarz diesmal. Oh. Schon wieder gefahrt. Ein Witzger. Dann auch. Jetzt brauche ich noch ein Salz. Ein Salz. Gut, wir wollen die Base natürlich jetzt ein bisschen ausbauen. Das ist so unsere Mutterbasis hier. Würde ich einfach mal so behaupten. Ähm. Und dann wollen wir im neuen Biom natürlich noch eine kleine Base bauen. Natürlich mit Moonpool. Überall kommt ein Moonpool hin. Der braucht verdammt viele Ressourcen. Aber, ähm. Das ist cool, weil wir da immer die Seemotor aufladen können. Und mit dem Repariertool dann auch immer wieder reparieren. Dann können wir uns immer hin und her bewegen. Und, äh. Ja, Ressourcen sammeln. Und, ähm. Verteilen. Da ist Salz. Endlich. Schwimmen die ganze Zeit doof rum. Das wäre 80 Kilometer weg von der Basis. Ja, da ist der Gleiter. Eine tolle Sache. Oder auch die Seemotte. Die kann man ja auch benutzen. Und ich schwimme da wie ein Bekloppen rum. So. So. Ob wir sie noch so mitnehmen können. Brauchen wir auch das drauf. Das habe ich. Kann auch schwimmen, wenn man das Ding auf hat. Wusste ich eigentlich auch nicht. Sogar hoch und runter. Aber nicht mehr links und rechts. Nur so. So. Die habe ich schon leer geräumt, die Höhle. Da braucht die viel Kupfer. Weil wir Blei machen müssen. Für den Atomreaktor. Komme ich hier überhaupt rein jetzt? Oh, die ist heile geblieben. Schon wieder mehr Energie? Warum? Magnesium. Genau. Hä? Warum brauchte ich den Karapulver? Achso, ja klar. Das war ja in Ordnung. Das war ja dafür. Ob man das braucht. Keine Ahnung. So. Dann lassen wir uns mal die Base wieder flicken. Flicken. Das wird jetzt ein Stück Arbeit. Achso. Wollt die Leiter hochgehen? Blöd. Kind ist überhaupt zu reparieren. Dann müssen wir die erst verstärken. Ich dachte, die wäre jetzt stark genug. Minus 05 Bohr Verstärkung. Achso. Ja gut, dann machen wir. Ist das gerade ein Kampf gegen Windmühlen? Das wird nichts. Also müssen wir erst verstärken die Base. Ich dachte jetzt, eine so eine Platte würde reichen. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Ähm. Verstärkung ist Lithium. Lithium kriegen wir. Scheiße. Lithium ist voll weit weg. Pilzfault gibt es Lithium. All systems online. Ah, das müssen wir auch mal flicken. Endlich können wir es mal flicken. Wumm. Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Da muss ich lang. Da kommt ein Pilzwald. Das weiß ich. Da gibt es Lithium. Ist aber ein Eckchen. Ich sage dann auf dem Weg schon mal. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich nehme dann weiter auf. Mal schauen, ob das so klappt alles. Wie ich das mir wünsche. Bis dann.